Von den Tiefen des Rheinteils bei Kur bis zu den eisigen Höhen des Papaner Rothorns. Dieser Film zeigt meine Erlebnisse beim Fantastisch-Schönen-Graubünden-Marathon 2011. Und schafft es, dass wir heute allen wiedereufenden Leute aufgerüstet und gewünscht und gewünscht mit der Erlebnisse des Rheinteils. Erster Anstieg. Danke. In Kurwalden kommen uns Oldtimer entgegen. Hinter Kurwalden beeindrucken mich immer wieder die Blumenwiesen. Bei der Höhe Vopper erreichen wir in 1700 Metern Höhe die erste Basshöhe der ganzen Strecke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Thomas Schmidt kommt. Jetzt gleich einen finalen Anstieg rein. Der große Anstieg beginnt. Auf den letzten 11,5 Kilometern Strecke geht es noch einmal 1414 Höhenmeter bergauf. Auf den letzten 11,5 Kilometern. 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 hole ich gegen Ende, wo es so richtig steil wird, noch etliche Läufer ein. Gleich beginnt die Steinwüste. Kurz in der Kilometer 38. Die Steinwüste. Die Steinwüste. iince. infos lang. 第 15,5 Kilometern. die Steinwüste. Die Steinwüste. Die Steinwüste. Die Steinwüste. Schon Kilometer 40, doch das Ziel ist immer noch so fern. Oben wird es sehr kalt und windig und auch etwas regnerisch. Das Ziel in 2860 Meter Höhe vor Augen. Die Fleißaufgabe zum Abschluss. Das war noch unser Rückweg ins Hotel. Die Fleißaufgabe zum Abschluss. Die Fleißaufgabe zum Abschluss. Die Fleißaufgabe zum Abschluss. Die Fleißaufgabe zum Abschluss. Die Fleißaufgabe zum Abschluss.